Am achten Tag muss Winfried Glatzeder sich von seinen Promi-Kollegen verabschieden und das Dschungelcamp verlassen. Im Interview mit InTouchOnline spricht er nicht nur über seine Zeit in Südafrika, sondern auch über seinen wilden Kampf gegen ein Warzenschwallen. Ja, richtig gelesen. Für Winfried Glatzeder, 79, ist das Dschungelcamp-Abenteuer endgültig vorbei. Am achten Tag wird er von seinen Promi-Kollegen rausgeworfen. Dabei wäre er eigentlich so gerne bis zum Schluss dabei gewesen. Ich hätte gerne noch weiter gemacht. Wir wollen von Winfried wissen, wie es ihm nach seinem Dschungelcamp aus wirklich ging. Ich habe mich sehr, sehr gut gefühlt und war nur traurig, dass ich die Chance verpasst habe, die Siegesprämie einzufahren. Ich hätte gerne noch weiter gemacht und mit den anderen gekämpft, weil ich mir wirklich berechtigte Chancen eingeräumt habe, dass ich die Siegesprämie bekomme, erzählt der Schauspieler im InTouchOnline-Interview. Trotzdem gesteht er auch, dass seine Nerven irgendwann blank lagen. Ob das wohl an seinen Promi-Kollegen lag? Alle lügen, dass sich die Balken biegen. Alle spielen das Spiel mit. Jeder bedient seinen Instagram-Account und denkt mit einem stieren Blick an die Verwertung jeder Geste und jeder Willenskundgebung, klagt er. Winfried spricht auch über seinen holprigen Start, denn direkt vor seinem Einzug ins Camp hat er sich schrecklich erkältet und fiederbekommen. Deswegen war ich auch ein bisschen apathisch am Anfang. Ich hatte eigene körperliche Blessuren, ehe ich überhaupt reinkam. Dann kamen noch die seelischen Blessuren dazu, weil ich keine Chance gesehen habe gegen die cleveren Mädels und Jungs. Sein ernüchterndes Fazit Ich war ganz doll überrascht, dass ich so abgrundtief schlecht bin. Ein kleines Erfolgserlebnis hatte er während seiner Zeit in Südafrika dann aber doch noch. In meiner Lodge habe ich gegen ein Warzenschwein gekämpft, was den schön angelegten Garten mit seiner Familie zerwühlte, verrät er uns stolz. Da bin ich mit dem nassen Handtuch raus und habe das Warzenschwein vertrieben. Für so viel Mut hätte es in der Dschungelprüfung bestimmt alle Sterne gegeben. Ich habe es in der Dschungelprüfung bestimmt alle seitdem Hanfrika.